Morbus Bechterew ist eine entzündliche Erkrankung der Wirbelsäule. Die gehört nach heutiger Ansicht in den Kreis der Rheumatoidenerkrankungen, also Erkrankung des Autoimmunsystems. Sie nimmt unbehandelt einen schweren Verlauf mit einer Vermehrung des seitlichen Profils, also einem Rundrücken der Wirbelsäule. Im schlimmsten Fall können die Patienten nicht mal mehr das Licht sehen, weil der Kopf so weit nach vorne sich neigt, dass er der Kyphose folgt. Durch moderne Therapien mit sogenannten Biologics kann man das verhindern. Man kann bei schweren Fällen auch sogenannte Osteotomien in der Wirbelsäulenchirurgie durchführen und diese Deformitäten wieder korrigieren.